Willkommen zurück bei Metro. Wir wollen auf die Insel. Oder das andere Ufer vielmehr. Ne, das ist ja nicht. Oh, ich höre schon. Komme ich hier raus? Ja. Oh, ich höre schon. Ich frage, sollen wir hier überhaupt schon sein? Ich kann auf jeden Fall jemanden reden hören. Da stehen auch welche. Wir gucken aber erst mal hier. Das ist ja nicht. Nicht so gut. Das war 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 nicht so gut. Das sieht zumindest etwas entspannend aus. Ach, da links ist er. Ich hab nicht so gut. Vielleicht finden wir hier den Sprit für da drüben, diesen Generator. Stimmt. Oh, hab ich mich aber schreckt. Uiuiui. Was fällt denn der aus? Was? 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 Das ist eine Leiche. 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 Nein, das schießt nichts. Das ist eine Leiche. 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 Gehören die zu uns. Sieht nicht so aus, ich dachte, wir wären auf der Insel gewesen. Oh, das ist gut. Okay. und Ok, scheint mir nix zu tun Aber hier waren wir doch, das ist doch das Geisterhaus Oder nicht? Ach nein, die Insel ist das Die waren trotzdem nicht da Und wir haben immer noch keinen Schritt Der Head kann Spritio Hier ist der Turm, oder? Ja, genau Und dann kommt der Turm Und dann kommt der Turm Das ist die Insel im Geisterhaus. Da waren wir. Da wollen wir hin. Ich frage, jetzt kommen wir überhaupt dahin. Was ist denn jetzt los? Ich gehe nochmal schnell speichern. Ich glaube langsam sollte man das mal nutzen. Das ist die Insel im Geisterhaus. 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 Die Insel aufgehört haben. Wunderbar. Mit dieser komischen Anomalie. Die Insel im Geisterhaus. Das ist die Insel im Geisterhaus. Die Insel im Geisterhaus. Das war's. Die Insel im Geisterhaus. Die Insel beginnt. Und die Insel im Geisterhaus. Vielen Dank. Vielen Dank. Auch gleich nochmal. Eine Bergbank wäre jetzt mal gut. Ah, wenn man vom Teufel spricht. Ist das ein Schalldämpfer für meine Frau? Ah, mein verstärkter Helm. Kurzer Lauf und Schalldämpfer, jawoll. Laserpointer. Der Lange Lauf. Eine Double Action Trommel für sechs Schuss. Nehmbar. Einigen Fersen. Einigen Fersen. Einigen Fersen. Das war's für heute.